Die Messe ist extrem gut besucht gewesen dieses Jahr. Viele Kunden, vor allem technologiegetriebene Kunden, mit denen wir sehr viele Projekte durchsprechen konnten, neue Ideen entwickeln. Insofern eine sehr wichtige Messe für uns für die Zukunft. Was wir hier zeigen, ist die komplette Kompetenz von Trumpf. Das heißt, wir haben das erste Mal jetzt auch unsere Tochtergesellschaften Amphos für Wissenschaftslaser, Access für CO2-Wissenschaftslaser und zum ersten Mal jetzt auch Trumpf Photonic Components mit auf dem Stand und können damit die komplette Photonic von Trumpf für unsere Kunden erklären. . . . Ich denke, es gibt viele gute Demonstrationen, from the parts you make for the cars there to your nanoprinting and smaller feature sizes and you got all your marking stations out here. Riding on car park without an inspector has become an important thing, especially for the electric car industry. I've been looking at it for two days, there's a lot to cover. It's amazing how much technology there is here. Truly a wonderland. to be able to get the car out there. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.